Wo ist es nochmal? Es begab sich aber zu der Zeit... Also jetzt noch einmal, wie bist du schwanger geworden? Da war so ein Engel... Engel, Engel, Engelbeert oder was? Wir kaufen nix! Sorry, ist ja gerade ein kleines Kindel gebohren. Der Engel schickt uns. Was für ein Engel! Sorry, can we take a picture with the baby? Na, schleicht's euch! But we have presents! Äh, was für presents? Gold, Weihrauch and Myrrh. Gold zu mir, den Rest könnt ihr selber rauchen. Fürchtet's euch nicht, ihr bin's der Engel! Aha! Na, Halleluja! Alte Bücher sind cool. Sommers Weltliteratur to go. Auf YouTube.